Daniel Aminati sorgt sich um seine Frau Patrice. Erst im vergangenen Jahr geben sich die beiden Turteltauben das Ja-Wort. Wenige Monate später erblickt ihre kleine Tochter das Licht der Welt. Doch nun machen erschütternde News die Runde. Die 27-Jährige erkrankt an Hautkrebs. Das offenbart Daniel seinen Fans im Netz. Eine Routineuntersuchung meiner Frau Patrice ergab die Diagnose bösartiger schwarzer Hautkrebs, der bereits Metastasen gebildet hat. Nach einer Operation müssen sich Patrice und ihr Mann nun herausfordernden Monaten stellen. Sie ist unglaublich tapfer und begegnet diesem Schicksalsschlag mit einer bewundernswerten Zuversicht. Sowohl Daniel als auch Patrice scheinen voller Optimismus in die Zukunft zu blicken.